hallo und herzlich willkommen zurück zu mini motorrace ich weiß gar nicht wo wir gestern stehen geblieben sind mal gucken ach Dubai stimmt letztes Szenario wie es aussieht Mexiko Stadt mal reingucken direkt die erste Straße bauen damit es losgeht da sind die pinken dazugekommen oder rot ich habe viel zu wenig so schiefe Straßen glaube ich gebaut die blocken ja sehr viele Spawnpunkte ab also ein Gebäude reicht für eins zumindest am Anfang am Anfang funktioniert das immer aber irgendwann spawnen die Stecknadeln schneller ja okay das war jetzt keine Herausforderung hier brauchen wir scheinbar keine Brücken sondern eher wieder einen Tunnel ich weiß nicht ob es gut ist dass hier zwei Einfahrten sind vielleicht ist es besser wenn ich das so mache nehmen wir den ersten Tunnel mit ja momentan braucht man halt noch nicht aber es wird kommen das ist die betrunkene Straße mit ein paar Promille kann man da besser fahren das sieht für den Anfang ja erstmal ganz ordentlich aus so wieder eine Nadel abgeholt und direkt aufgelevelt hier ich glaube wir brauchen das nicht wir haben hier sechs wir haben hier zwei ich glaube das reicht das anzuschließen ist mir jetzt auch keine große Sache ach mal gucken wo es hinführt wir nehmen noch einen Tunnel mit obwohl ich gar nicht wirklich auf die Straßen geguckt habe oh so ein Kreisverkehr ist natürlich auch gut zum blocken ja ok ja ja das dachte ich mir schon dass du da jetzt auch kommst aber wir haben 45 Straßen erstmal so ich befürchte wenn ich jetzt nicht weiter ich kann doch da ach ich habe doch einen die Straßen ok da kann ich den Südabbau 40 Straßen wir haben ja eh zwei Tunnel dann nehmen wir die 40 Straßen die brauchen wir immer ja ja das reguliert sich jetzt hoffentlich von alleine die Hoffnung stirbt zuletzt ich glaube das funktioniert nicht ok hier fehlen uns Gebäude auf jeden Fall ist die Frage ob wir das für den hier so machen halt ok da müssen wir wohl die gelben ich möchte nicht dass hier was bohren wir müssen die gelben da mit rüber laufen lassen anders geht es einfach nicht wir müssen die roten halt hier hinkriegen einfach nur wo wir es können jetzt haben wir genug rote Häuser gelb lila ist hier ok schön verschachtelt hier es wird eigentlich noch ein lilanes Gebäude damit das nachher noch funktioniert es sieht aber so aus als ob immer das Auto losfährt was in der Nähe ist von hier hinten ist nämlich noch einer ist schon hier hinten weggefahren naja gut wir gucken mal was sieht ja erstmal so ganz gut aus überall wird schon abgearbeitet schön den weißen den kann ich einfach meine Güte damit anschließend wollte ich sagen was ihr da macht gefällt mir gar nicht so den haben wir gebraucht der war wichtig also das funktioniert nicht das zu blockieren ok ja diese weißen Häuser die werden wir da drüben brauchen wir ignorieren das aber erst einmal die gelben kommen da gut an ich habe schon einen Highway auf Tasche aber ich nehme lieber noch einen weil wir die beiden Tunnel noch gar nicht gebraucht ja gut wenn ich eh da ran spawne dann kann ich die Straße auch einfach mit benutzen ist nicht schön aber was soll ich machen ich habe das Gefühl dass ein lila gar nicht hinterher kommt hier unten aber doch es kommt ja nicht drauf an da ein gelbes mehr oder weniger dran ist also von diesem rötlicheren fehlt auch noch ein Gebäude zumindest dass ich beruhigt bin hier spawnen alle so hellblaue hellgrüne ah schön jetzt kann ich das einfach da rüber ziehen dann aber auf jeden Fall genug auf dieser Seite und das war's mit genug auf dieser Seite wir nehmen den huch jetzt wann habe ich die Straße denn hier kaputt gemacht ich kann wahrscheinlich nicht hier und daher auf der Straße erstmal so mal gucken was passiert erstmal reichen diese beiden Häuser warum nicht erstmal anschließen gelb okay das ist nicht so schlimm aber auch nicht fantastisch weil diese gelben hier einfach so grottig gespawnt sind anders kann man es nicht sagen was machen wir was machen wir erstmal machen wir das und hoffen dass das reicht 40 Straßen gekauft fröhlich gefällt mir nicht dass du das spawnst aber was soll ich tun das Auto ist auch auf der richtigen Spur okay ein Highway kann ja nicht über Berge gehen ein Highway kann aber da hingehen hey das geht noch okay meine Güte bin ich blind da sind ja schon Gästchen da und ich schaffe es trotzdem nicht das zu verbinden ach ja hier da muss natürlich auch verbunden sein ich glaube ich muss den nicht verbinden das rote Gebäude da ich habe den jetzt hier gemacht es schadet ja nicht was ist da jetzt noch für spawnen hier habe ich aufgepasst ach nur kleine Häuschen die brauche ich gerade nicht die sollen sie doch spawnen Pink hat hier ein Problem ich meine wie wir das machen ist ja schon mal klar ich wünsche sowas wird öfters kommen hier habe ich ein Problem das war auch nicht die beste Methode ich könnte natürlich eine Abkürzung bauen Tunnel haben wir noch Straßen nehmen wir aber wir brauchen jetzt erstmal eine Abkürzung das entlastet die Pinken hoffe ich doch weil das ist gerade mein Problem dieses Gebäude da es wird nicht genug supported oh nein oh wie schlecht ist das gespawnt okay ich kann diese Straße hier weg machen so nämlich das ist So, ich glaube damit müsste es funktionieren. Guck mal, das kann ich einfach weil ich Spaß habe, es auch noch verbinden. Und dann müsste das doch eigentlich klappen. Wir brauchen mehr Gelb. Das habe ich hier gerade verbunden. Vielleicht reguliert es sich. Im Highway habe ich auch noch. Das könnte ich jetzt auch sagen, ich mache hier weg. Das Liederne muss dran gebunden bleiben. Jetzt haben die Gelben einen deutlich besseren Fluss. Genauso könnte ich sagen, ich schließe dieses Gebäude noch an und mache diese Straße weg. Ah ne, die Straße brauchen wir. Ne, für Pink brauchen wir die Straße auch nicht mehr. Pink hat jetzt einen eigenen Weg. Tunnel. Ich liebe Tunnel. Wir können den Blocker-Kreisverkehr auch mal wieder in grün hinein. Lock da mal. Cool. Hier ist noch ein Gelber dazu gekommen, den wir wahrscheinlich gar nicht brauchen. Hervorragend. Ich glaube, wir haben ein Problem wieder gelöst. Man darf auch keine Angst haben, einfach mal Straßen wieder abzubauen. Okay. Hier unten ist irgendwie ein Problem entstanden. Was hoffentlich damit gelöst ist. Was ist jetzt passiert? Nein, ich habe gerade nicht aufgepasst. Okay. Okay, okay, okay. Da brauchen wir weiße Autos. Weiße Autos sind ja nicht das Problem. Wie viele Autos braucht dieses Gebäude denn mittlerweile? Es fehlt nach und nach mehr. Ich kapiere. Ich kapiere spät, aber ich kapiere. Ja, ich glaube, ich lasse mich gerade kaputt gehen, weil... Hm. Keine Array. Wir können erstmal damit du verbunden bist. So, der da oben ist auf jeden Fall kein Problem mehr. Shit. Okay, okay, okay. Das war's. 69 Tage. 1292 Punkte. Naja. Das war's mit Mexiko. Ja. Damit würde ich sagen, das war's mal wieder für heute. Mal gucken, was als nächstes kommt. Das nächste Video kommt bestimmt. Ciao, ciao.